So Leute, bei mir gibt es ein neues Kabel, hier sieht man es auch schon ausgepackt, ist auch relativ dick, 4-5mm der Durchmesser und ja hier sieht man auch warum, Gott komm, was ist los hier mit dem Fokus, hier sieht man natürlich das Kabel ist hinüber, hat auch noch teilweise funktioniert, also muss da ein neues her, von 2m auf 3m, naja ist ok. Und was man noch sieht, 24 Karat Gold, ja, müssen 4,8 Gramm sein, hören sie auch bei den Boxen gut an, so tschüss bis zum nächsten Video.